Moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Wir spielen Rang auf Präsidentenflugzeug, mit dabei der YDS, der Sektor, der Otaku und der Deerhunter. Ich wünsche euch viel Spaß. 195k oder was hatte ich? Kann ich das nicht machen, wenn ich das auch reinloppen? Ja, richtig Profit machen. Und lass die Wand ziehen. Sicher? Ja, die können wir sonst immer nicht aufschießen. Da fehlen noch Wände. Ich hab noch zwei im Moment. Einen hab ich auch noch. Aber ich wollte halt warten, weil ich nicht wusste, wo du... Ich hab noch zwei sogar. Ich hab nur noch eine gehabt. Und ich hab alle Drohnen bekommen. Drohnen Ace. Mach da noch die Wände zu. Ja, wegen mir. Great. Du musst da die noch machen, ja. Ähm, Pascal, wie hat man hier jetzt? Ich bin hier. Äh, ich hab keine mehr. Ich hab die beiden... Achso, okay. Da fehlt noch ne Wand. Hab ich, hab ich. Ich hab keine mehr. Ich mach ihn wieder auf. Oh, das ist ja zu. Komm mal weg, Patrick. Äh, Pascal. Ach, Patrick. Komm ich jetzt auf Patrick, ey. Das ist der typischste Ding. Typischste... Da steht schon Montage. Montage? Das hab ich auch noch nie gehört. Jaja. Und daneben steht... Kann ich nicht mehr sehen. Noch ein Schild ist Blitz. Und IQ steht da. Mhm. Und der Sniper wird wahrscheinlich die Tür abdecken. Also lass sie kommen. Ja, Sniper Tür. Pass auf, Manu. Sniper hat mich getroffen. Bleib da an der Ecke stehen. Bleib einfach da an der Ecke. Wow. Wie trifft der? Hey, wie trifft der? Oh Mann, so nicht denn? Die Gegner haben dem Nio gefahren. Oh, die Ecke. Das geht nicht. Montage ist down. Ja, der ist verletzt. Da kommt noch ein Schild. Ja, er ist verletzt. Werft der einen Zivilisten? Der Kontaktkanat und der ist down. Pass auf. Das war nicht dahin. Nicht dahin. Das hat nicht ausgereicht. Also im Endeffekt, der muss wieder weiter nach vorne sein. Muss nicht weiter. Oh Gott, der kommt erst dann. Der Sniper kommt. Und Tandy steht auch wieder. Oh nein, ne? Ah, der hat sich aufgeschossen. Frontanier in der Tür. Werft der Kontaktgranate? Ja, lasst ihn in der Tür stehen. Solange er in der Tür steht, ist alles okay. Werft der Kontaktgranate oben links in der Tür? Wo Tür war? What? Das gewinnt. Oh, in der Küche. Ich muss grad sagen, Alter. In der Küche ist Glas. Oh, zeig mir bitte, wie ich den... Den Bio-Gefahrgut-Behälter geschützt. Der Führer ist zu vier. Das Bio-Gefahrgut-Behälter. Der ist jetzt Küche. Pass auf, Gray. Küche. Küche ist der. Direkt hinterher. Rechts von dir. Rechts von dir. Ja, ja, okay. Ruhe. Lass ihn hören. Lass ihn das hören. Kommt in den Gang? Bleib einfach da sitzen, Gray. Da ist eine Valkyrie-Cam im Gang. Könnt ihr die äh... Ja, ja, ja. Hab ich schon. Pass auf, der kommt gleich. Ist das der Cam? Ja, ja, der ist in der Cam. Pass auf, der kommt jetzt. Er ist raus. Er ist aus der Cam raus. Ja, ja, die Cam. Ihr solltet nicht pingen, ne? Ihr solltet nicht pingen. Wir können ihm ja sagen... Pass auf, der ist jetzt wieder am Fenster links von dir. Myra-Fenster. Nicht dahin, Robben. Er kommt zurück. Er kommt zur Tür. Er kommt zur Tür. Er kommt zur Tür. Nicht auf ihn. Weg, geh, weg, geh, weg! Boah! Er ist weggehend, Sonnen. Warum hast du auf 1 zu Schuss gehabt? Ja, so schnell konnte er nicht reagieren. Doch, der, ja. Weil sonst die Waffe zu sehr verroppt. Ey, Mann, aber nicht auf 2 Meter. Die MTX-T ist mega präzise, Alter. Ich liebe die Waffe. Ja, Mann, die ist mega präzise. Ja. Aber wir haben das selbe Spiel auch mal, oder? Du hast die jetzt verkackt. Ich kann von mir auch Montagne nehmen. Ich werde sterben, aber egal. Ich spiel Montagne nicht. Ich mag den nicht. Vor allem Revolver. Ich kann den nicht spielen. Ich spiel Montagne auch nicht, aber... Ja, ich soll's ja spielen. Von daher, ob ich jetzt so sterbe, oder... Ja, Montagne war kein Problem. Der Sniper war das Problem. Sie hätten jetzt einen anderen holen können, mit denen du gut spielst, wäre das besser gewesen. Ja, der Sniper hat sich auch direkt 4 Leute gesnackt, ne? Der hat Bananen-Ess geholt. Ja. Wir müssen... Der und der Sniper auch kein Problem. Ja. Die haben sofort meine Scheißkrone. Das wär auf jeden Fall... Die sind, glaub ich... Die sind auch vorne, okay. Die sind auch vorne, okay. Was sagst du? Ähm... Nicht so viel. Wir müssen ganze Sätze labern. Und pingen mit der Kamera, weil... Weil im Endeffekt, wenn die kaputt gemacht wird, bringt die gar nichts mehr. Wir können ja sagen, wo die Leute sind. Wir sind... Ihr seht, wo Kapkan die Falle macht, ne? Ja, der macht die überall. Einer kommt... Die kommen raus an dem Doppel-Door. Rechts hin. Passt auf, die Sneaken raus. Äh, war so klar. Fotzen. Ja, die ist auf der anderen Seite. Der kam... Der kam an mir auf der Seite. Pass auf, der kommt jetzt bei Euro. Einer ist oben am... Pass auf, der ist da vor dir. Ich bin nach vorne. Kapkan. Da ist ein Mirror-Fans da. Putzell ist... Wo ist der Jammer? Das wären wie rechts. Achtung, Kapkan-Falle, ne? Ja, ich seh's. Aber... Leben ist halt. Kann die nicht machen. Kann die einen schon weiter erwischen? Wartet. Wo ist die rechts oder links? Wartet. Ah, nein! 78 live. War's live. Mein Alter gefallen. Ist ja bei dem Rand. Ne, komm ich nicht dran. Ich seh... Ich seh vorne. Wartet, da ich versuch von der anderen Seite zu kommen. Warte! Die Kapkan-Falle kann ich nicht sehen. Äh, Pascal. Moment. Mach mal ganz kurz den Ping drauf. Warte, du hast keinen Hit. Ich will mich verarschen. Okay, jetzt aber. Okay, da rechts ist der Essen. Ist links im Raum was drinne? Michael kannst du links... Ähm links... Hier ist einer. Im Cockpit ist einer. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Also, links in dem Raum. Blopper. Ab ihn. Ab ihn. Mirra am Schild direkt da. Bleib mal drin, Michael. Michael, fahr mal in den Raum rein. Hast du noch einer? die ist gejammt ich weiß nicht wo der jammer steht ich fahre in den raum rein, warte direkt hier vorne irgendwo am schild oder wo? ja, wir dürfen uns da echt nicht zu lange aufhalten Achtung Manu, hinter dir noch die Myrider ja, da muss er gut machen warte, du hast das da drin nein wo ist der? raum, pass auf Manu Mira down Mira ist down ja, wie ein Schild ey, du bist doch ein Cheater, man oh Gott der ist auch im Raum mh, links von mir ach der, der dich gekillt hat, der hat mir instant ein klick gegeben fahr sofort oh, ich dachte der sitzt links neben der Couch ey, das ist doch meine Killcams gehen die ganze Zeit nur so lange, bis kurz bevor die schießen ich dachte der sitzt komplett links ey meldet mal bitte diesen Tubes er hat zwei Schuss mit dem Sniper geschluckt du siehst es Blutspritzen und er hat keinen Schaden gekriegt ich hab den auch noch abgeschossen mit der Pistol er hat bei mir nur Half-Life gehabt nachdem du auf ihn geschossen hast wohin gehen wir? wir versuchen es nochmal da oben eigentlich ganz gut kann einer Frost oder sowas mitnehmen irgendwas Fallentechnisch Michael oder Pascal holen du Mute, dann hol ich Frost kann ich auch machen oh, war ein Schild ich hab mal ein Schild, okay schön erstmal ein paar Fallen im Raum verteilen ich würde alle alle drei Fallen in den Raum legen aber erst nachdem die Drohnen durch sind lasst sie das nicht sehen wo die liegen erst wenn sie durch sind da kommt schon eine da kommt schon eine hab's noch das reicht, damit sie sich nicht mach die Wände schonmal mach die Wände schonmal hey will der Smoke vielleicht hoch zum Dropper gehen der bleibt vielleicht auch immer so schlecht wenn der da runter bleibt naja ist herrlich ich setz mein Schild direkt in den Flur ich lauf zum Dropper hoch ich lauf zum Dropper hoch warte ich muss den hinteren Steine behalten nach den hinteren drei Wänden Achtung da 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 sind so viele hier im Raum das ist auch kacke Haupteingang ich sag wenn sie nah am Haupteingang sind Montagne kommt Haupteingang erste Cam weg Montagne kommt ich bin am Dropper oben die 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 wissen dass ich oben bin die wissen dass ich oben bin wird gleich einer michael kannst du mich decken ich bin hinten am mitschen ja ja kannst du hier ja das war meine mein c4 mitten im flug hat keine arme ist ein witz du hast du noch einen ja 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 die klasse holt mich freundlich ja kommt da weg von der weg otaku du bist unsicher der glas von sich ja nein von da nicht so kann er mich nicht treffen sagt bescheid sobald ich runter droppen soll und dem mann der drohne rein habe ich also hier steht direkt im montagne schild achtung flash oder lasst ihn rein deswegen habe ich auch kein mirror mitgenommen ich gehe weg in den raum und schlag ein loch rein ganz auf dem boden leg dich hin leg dich hin und jetzt hier sehr schön ich krieg nur den tubes der stirbt einfach nicht dem habe ich direkt mit der schuld ins gesicht geschossen er ist nicht gestorben ich hab dir den fettesten arsch gerettet überhaupt der fuse ist direkt hinter dir runtergekommen einfach weg die sie weg holt echt ich schätze mal wollte ich oben messer noch nicht hinbekommen ist einfach runtergejumpt ja die werden jetzt runter gehen glaube ich auch ja dann hole ich fuse mit ich kann da unten einfach rein füsen dann brauche ich einen der mit mir durch den hintereingang geht und dann snipe ich jetzt von der treppe runter dann wollte ich sowieso reingehen ich gehe unter der küche holt jemand ja geht es zu spät ist egal das war du oben lang ich war unten lang naja war eh klar ich brauche dann wie gesagt einen der mit mir hinten an der treppe runter geht kapkan weiß genau wo er hingucken muss kapkan weiß das ganz genau einer ist oben da ist halt eine kamera da oben kapkan ist jetzt unten an die doppeltür an kapkan fall kapkan ist zerstört ja ist warte noch nicht wo du rein bist ich bin noch mit der dritte da geht hier ist auch eine falle an der doppeltür an hast du claymore? ne claymore kann die twitch nicht ich habe einen myriff in der gerade aufgehen hören äh doch ich habe claymore hast du eine mit oder was? ja 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 dann lass uns links und rechts von der treppe eine hinstellen dass die beide gänge absichern weißt du ach doch noch mit der durch äh links ist direkt safe da ist nur eine castle die ist kaputt die ist kaputt wir sind ja wenigstens hier die tür aufmachen mit dem ding ja aber bitte die tür auf wenn ihr könnt oh mira kannst du mit der drohne vorfahren und mit deckung geben kann ich machen ja warte rechts sitzt einer direkt rechts pass auf direkt rechts da ist stark angefrackt im raum ist keiner aber da sind my friends da aufpassen steht hinter dem my friends da was ich wurde entdeckt warte schießt das schild weg manu geh ein stück zur seite habe ich ein problem jetzt bin ich mir allein hier oben und ich kann euch von hinten nicht decken ich gehe noch mal zurück und setze oben den claymore hin hab ich schon nein nein bei uns hier oben ich muss zu euch kommen hinten sitzt der mute im frachtraum der ist aber eingesperrt hat einer oben im blick wo sitzt der manu weiß es nicht ganz hinten rechts in der ecke rechts 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 ganz hinten rechts schön rechts oben an der säule was das ist ja auch die nicht mal rück dich auf und ruhig ich hab den jetzt schon zu dritten mal einreifen das interessiert den typen nicht hast du den gerade wirklich weg geholt nee den kapkan nicht den ersten habe ich weg geholt und den zweiten hat er weg geholt wir hätten beide beide gekriegt werdet den typikpanda gleich mal bitte der tubes ist vor allem ein richtiger komischer typ alter der schluckt ohne ende auch runter oder wat ne safe runde machen und hier mal bitte mute ich hab den kapkan mit ich hab jetzt mal jäger mit geholt ja also viel war gut oder soll ich den jäger vielleicht noch toll oder soll ich den jäger vielleicht noch toll nee lass mal mit der frost castle ja toll gewesen ne ich weiß nicht wieso du jetzt mal mywau holst ganz einfach weil du gerade auf den sachen spotten kannst und außerdem üben die fenster immer ziemlich guten druck aus ich hab zum fenster nicht ja wobei wobei man auch sagen muss die vorhörige runde haben waffe von der mywau ist einfach scheiße ja das stimmt das ist ein riesengrund nein die mywauwaffe ist eigentlich sehr gut du musst damit halt nur auf den kopf kommen wenn man mit jeder waffe ist sehr gut wenn man mit dem kopf kommt glas kannst du mir hier wieder wo ich gepinkt habe ja kann ich und ich muss ihn setzen nein hier ist auch noch ein fenster nicht gut weil sie dagegen nichts machen können wo meinst du dann soll ich hier die wand auf da ist drin michael danke ich bin noch ne wand ich bringe ich setze ihn auf eine fallen da ist er hat man da die tür auch noch zu bei dem schild nee ne die kommen hier von vorne ich weiß schon Rechte Seite Da haben wir dann Montagne Also wenn es geht nicht so viel pingen mit der Kamera Nicht überhaupt wissen, dass eine Kamera da ist Das Problem ist, wenn der Sniper jetzt hinten Im Lagerraum die Tür öffnet, dann sieht der uns Da ist schon kaputt Da geht er durch gleich Die wollen jetzt hier lang Fenster ist noch offen bei dir? Ne Fenster ist noch nicht offen Da ist Thatcher Manu ich brauch... Ne warte mal Wer ist denn? Hier vorne Pascal ich brauch dich Von hinten kommen auch zwei Ja Gut zu wissen Dann juck den Montagne nicht Ne ne Ich brauch hier gleich Mutes Ne, mein Kapkanfalle lebt noch Hol mal deinen Dings hier weg Pascal schnell Zu spät Ich werd von hinten gleich sterben Aber zugleich Was? Die Bana macht hier auf Hinten Ich brauch hier ein Mutes Sofort Ich hab keinen Mutes mehr Die sind vorne Bei der anderen Wand Die kann sie nicht holen Weil das viele Dinger gibt Ich kann hier nicht aufmachen Wenn ich hier aufmache ist Alles verloren ey Das brauch schon Ja das Problem ist die Bana macht hier gleich auf Hier hinten kommen sie Einen hab ich stark angefragt Einen hab ich stark angefragt Sorry Sorry Jackal weg Kümmert euch mal bitte um das Schild Haltet das Schild mal ein bisschen in Schacht Dropper geht auf Dropper geht auf Dropper Ich hab das Schild wird überhaupt nur angefragt Von hinten kam eben noch die IQ Manuel leg dich hin Manuel leg dich hin Und guck auf den Dropper Achtung von hinten IQ IQ Das Schild ist drin Holt den jetzt weg ey Kann doch nicht sein alter Achtung hinten Mann Quay Pass doch auf Dropper Dropper Guckt auf den Dropper Hinten ist clear Ja das war Hibana am Dropper Hab sie Storber Haha Das war eine Mistboxe alter Jo Ich hab ihr zwar vorher schon safe auf den Kopf geschossen Aber Na ja gut Ja das halten die aus Ja ich meine die Kopfschüsse sind Unten hatten die jetzt äh verloren ne Jep Ja Die werden doch wieder runter gehen Ja dann gehen Dann werden die auch wieder runter gehen Ich hab wieder Blitz dabei Ja oben können sie ja nicht Da haben sie ja gewonnen Ja oben sind noch zwei Räume So ist es nicht Ich geh mal lieber und Tetsch Ah ok Ja dann hol du Tetsch Aber halt ich Blitz Wenn sie jetzt oben sind hätten wir ein Gleis gebraucht Ja das ist das Wenn sie jetzt pokern gehen sie auch hoch Nope sind unten Sehr nice Sauber Na ja die wollen wir jetzt safe machen Die müssen die Räume gewinnen Die müssen die Räume gewinnen Ich hab keinen macht wieder fallen Der letzte Und ich fall mit meiner Drohne komplett runter Die haben einen Recruiten Zum Wollquill Zum Wollquill Stolz auf tisch Ja Michael hört mir echt nicht zu ne Ich hab mir 3 mal gesagt den Scheiß geschehen haben Echt? Ja der Tubes ist das Der Beste von denen Was ist das letzte Also die letzte Person Das ist das nicht Kawairo oder so ne Scheiße ne Ähm Es kommt einer mit mir zum Tropper Zum Tropper Ähm warte 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 bist du Du bist Ah der Tropper Ja ich bin Tropper Ja Der Tropper ist aber Der Tropper ist nicht verstärkt Achtung Maru Hier wo wir jetzt hoch gehen Äh waren Valkyrie und Kapkan Und da hängt ne Kapkan Falle auf jeden Fall dran hier Mach mal auf Kapkan Falle hier oben Pass auf Ist da oben ein Gegner? Nein Gegner ist keiner Askan hängt auf der Rechten Seite Genau Genau da hin Wie treinkam die aufpassen ne Warte kurz Michael Ich hab noch auf den F Der Raum ist sauber Hier hängt irgendwo ein C4 Was hängt hier Ja er hat gezündet Vollidiot Zu früh Das zünden kam von rechts Okay Michael du kannst weiter warte ich mach da hinten die Tür auf der kann aber durchschießen die sind uns gesichert du kannst weiter bis zu dem Flur rechts ist ein Müllerfenster bleib da mal stehen Michael ok du kannst durch jetzt bis zum Dropper alles sauber wow ok auf der rechten Seite haben sie einen Tunnel das sind drei Leute drin ja seh ich wirfen wir mal die MP ist zwar kein Dings hier angebracht aber trotzdem Achtung Manu steh nicht drauf wir brauchen hier hinten am besten einen Termite und einen Thatcher schau auf Michael wir brauchen hier hinten einen Termite und einen Thatcher ja ist jetzt aber schlecht ja komm doch grad hier rüber und wir brauchen nur einen Termite ich hab keine Thatcher Ladung mehr wow ja dann bleib du beim Tromper Michael nicht weiter gehen warte ich geh jetzt mal auf Risiko Achtung die sind hier rechts im Gang und wir können da nicht reinkommen Gang ist offen rechts stimmt wir können da reinkommen Gang vermute ich hab nichts mehr scheint das noch eine Achtung ich wollte grad ping hier sitzt noch einer ja wenn die rauskommt kriege ich sie das ist Valkyre links hier vorne ist die Valkyre Michael weg Michael weg Warte ich spring mal drüber ach scheiße ich sag doch ich hab ein Schild ich dachte die liegt da verletzt sie messert mich sie messert mich sehr schön wie du einfach wieder ausrastest ja wie kann er mich durch Schild messern ja die hat wahrscheinlich deine Schulter erwischt oder so wir haben gewonnen entspannt dich alles gut ich stand hinter dem Schild ja Leute wieder eine schöne Runde gewonnen wir haben 10 Kills wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da